Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu GTA Online. Willkommen. Oh, hier sieht es aus. Schick? Na ja, das ist zu gemüllt. Alter, guck dich mal um. Es ist zu gemüllt, aber es ist trotzdem schick. Überall die Flaschen. Ich muss hier mal reinlassen. Und zwar habe ich eine Überraschung vorbereitet. Hast du, jetzt kommt's. Den Spielfehler lass ich noch mal rein, den Besoffenen. Ah ne, das ist die Katze. Du hast eine Besoffene, der da umgekippt ist. Der ist, glaube ich, tot. Ich habe eine Überraschung für euch alle. Lasst sie doch mal durch. Jetzt berapscht ihr doch nicht jetzt schon. Lasst mal durch. Ich muss hier einen Sitzplatz. Danach könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Muss ich mir Sorgen machen, dass da was kommt, was ich zensieren muss? Nein, nein. Okay. Die bleibt angezogen. Aber das Problem hatte ich in dem scheiß Stripclub, als ich einen Privattanz gemacht habe. Jetzt berängt die doch nicht. Ich kann ja nicht an, dass die mir ihre Bahama-Mamas direkt ins Gesicht knallt. Wie die alle dieselbe Bewegung machen. Ich will auch. So. Hallo, wollen wir dance? Was mache ich denn? Willst du dich da drängeln? Weißt du, das ist einfach nur Tanz, männe ich. Das ist nix ausgezogen, gar nix. Viel Spaß. Ah, Lampe. Diese Stille hier. Das geht aber schnell bei dir. Ich habe dieses Bruderliebe nicht. Ich habe was anderes. Ich habe, oder? Doch, wir haben das Bruderliebe. Was ist das noch? Kann ich bemerkt. Ach, das ist Trockenvögeln, okay. Da macht wer Fotos, die Katze. Oh, er will nicht mehr. Jetzt darf irgendwer anders. Nutzen nur... Puh. Mein Apartment. Das war doch eigentlich alles. Ich habe da überhaupt nichts zu tun. Ich kam hier rein und sah das schon aus. Das haben wir alle so gemacht. Und ich muss auch mal sagen, Olli, ich finde das überhaupt nicht schön, dass du uns jetzt beschuldigst, dass wir hier Müll machen würden. Ja, kommt Leute, wir gehen. Soll er doch selber sehen, wie er kommt. Ja, lass die Fufu alleine. Wie komm ich hier raus, Olli? Nicht nur das kannst du. So, nichts wie weg hier. Ach scheiße, wir hätten die Garage nehmen sollen, da hätten wir die auch noch zumüllen können. Die beiden haben noch ihr Spaß. Hey, okay. Oh, schon wieder Kopfgeld hier auf mich ausgesetzt, was soll das? Ab nach draußen, du kannst noch deinen Spaß haben, du kannst danach kommen, Marc. So, was machen wir jetzt, Leute? Hat jemand eine Idee, was wir jetzt Tolles machen können hier? Ich geh mal eben in die Garage und hol mir ein Auto. Na, Renn ist doof. Irgendwas richtig Spaß haben und gucken halt. Ich bräuchte ein Auto vor allem. Gib mir dein Auto! Nimm mal wieder meinen Granger, aber bitte verspricht mir eins, nicht schießen. Ich hab keine Lust, jetzt wieder Kops am Arsch zu haben. Aua! Au! Selbst hier, selbst meine Garage wird vollgemüllt. Au! Zeit rein, hopp, hopp. Kann doch nicht sein, alles wird vollgemüllt. So, Peter. Du kannst auch noch mit. Okay. So, was war jetzt, Olli? Ich hab dir gar nichts zugehört. Du kannst einsteigen, aussteigen, was auch immer. Einsteigen. Hab was besseres gefunden, hat sogar meine Farbe. Okay. Geh weg! Oh, da ist mir rausgefallen. Hör auf! Rumgeballer hier immer, Mensch! Belebt euch! Jaaaa! Schmeiß ihn, schmeiß ihn vom Auto! Du bist aber nett. Warte, ich mach ihm Platz so. Sag mal, wo bist denn du jetzt hier? Wer ist denn das? Oh, das ist der? Wo ist denn der Olli jetzt hier, Mensch? Wegen dem hab ich schon wieder einen Platten. Nicht mal in Ruhe rumfang kann ich hier. Nee, nee, nee. Nimm ich mir halt den Banshee. Du bist doch ein Banshee, oder? Du bist ein Banshee. Du siehst aus wie ein Banshee. Du bist bestimmt ein Banshee. Sag mir, dass du ein Banshee bist. Sag ich ja. So, Olli, wohin? Fahr doch nicht meine Menschen um. Wohin? Ähm. Ich würd sagen, ich weiß gar nicht. Was wäre denn spaßig jetzt? Irgendwohin fahren, wo was los ist. Militär-Base? Oh, Militär-Base. Da war ich noch nicht. Das klingt lustig. Ah. Hört auf zu ballern, Mensch. Seid friedlich. So. Dann hopp zur Militär-Base, ne? Ja, fahr halt. Ja, warte. Ich werd hier grad von Cops angefahren. Ich auch. Fahr halt. Fahr! Fahr! Ich fahr! Ich fahr! Zafir hat es rausgefallen. Ist mir egal, fahr! Okay. Oh, die Katze sitzt neben mir. Yay! Der andere ist da nicht gefallen. Scheiße. Pass auf. Das ist... Ah! Du hast das Licht kaputt gemacht. Schäm dich. Miau! Ah! 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 Was das? Katze, magst du Läster anrufen? Das wär voll nett. Okay, hör mal auf, bei mir im Auto zu schießen und Granaten zu werfen. Und überhaupt irgendwas zu tun, was man nicht tun sollte. Genau. Oh, warte, ich wollte hier gar nicht hin. Ah, dankeschön, wer auch immer das grad war. Ah! Ah! Olli! Ja, bitte. Hi! Kann ich tun. Wer ist eigentlich die Katze neben mir? Das regt mich auf, dass die Namen immer verschwinden. Ich seh immer gar nicht, wer wer ist. Sessionate ist auf jeden Fall der Wesker-Verschnitt. Das hab ich mir gemerkt. Aber wer ist die Katze? Katze ist der Spielfehler. Katze ist Spielfehler? Okay. Ja. Ich hab schon wieder Kops. Ich auch. Oh, was? Ah, du bist hinter mir. Da bin ich. Alles okay. Äh. Aber. So, wir fahren also auf eine Straße, ja. Der Grenade. Bist du auf damit? Bitte. Ups. Ah! Ups! Alter! Oh! Der Jet brennt! Richtig so. Boah, wie viele Pops hier einfach mal unterwegs sind. Mhm. Die haben ja auch drei Sterne hier. Ich auch, verdammt. Aber müssen das gleich so viele sein? Das sind doch mindestens zehn Wagen. Wahrscheinlich. Ah! Und ich hab einen Platten verflucht! Ah! Seh dich! Ah! Aber jetzt mal im Ernst. Kannst du mal aufhören, Finger zu werfen? Ich möchte ohne Kops da ankommen. Boah, hier ist ein Laden, den ich noch nicht überfallen hab. Spielfehler? Kannst du mir Rückendeckung geben? Ich geh da rein. Wenn ich da hinkommen würde. Ohne dass die Bullen mich kaputt machen. Okay. 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 Wir treffen uns dann bei der Autobahn an der Militär-Base. Aber ich muss erst mal gucken, ob ich überhaupt lebendig zu dem Laden hinkomme. Aber doch, das sieht gut aus. Ah! Chris! Heikniss! Ah! LKW! Ah! Autsch! So, jetzt will ich Knete hier. Ladenbesitzer. Hallihallo! Kann sich irgendwer mit nem Fluchtfahrzeug bereithalten. Ich hab sonst Angst. Hä? No! Don't hurt me! I have a family! No! You should not be back here! Help me! Ah! Ich kann den Laden nicht überfallen. Der Arsch ist einfach. Ne? Äh, schön, dass alle weg sind. Du kannst, du kannst, du kannst dich an die Kasse stellen und die Kasse selber ausrauben. Ach so? Von dir aus. Okay, dann mach ich das mal. Wenn da keiner ist. Wie mach ich denn das? Äh, an die Kasse stellen und eh drücken. Also, halt so wie der Typ an der Theke, an der Kasse halt steht. So hinstellen. Hinter die Kasse. Da passiert bei mir nichts. Vielleicht die? Nö. Ich warte ja, Marc. Ich warte. Deswegen geh ich lieber zu der einfachen Stelle, die ist hier links. Ich hab Angst. Kann den Peter irgendwer nen Arsch retten? Ich sitz hier in dem Laden fest und alle machen von draußen Kaboom. Oh, sorry. Ich hab nie nach hinten geguckt. Ich wollte eigentlich nur abbiegen. Ich hab schon vier Sterne verflucht. Da liegt Geld. Ähm, ja, die Cops fahren uns rein. Und die haben Sterne. Super. Danke. Verschwindet. Hallo Katze. Dann, äh, ich würde sagen, wir treffen uns auf dem, auf der Militärbase. Ich hoffe, das Auto hat geübt. Okay, Katze, ich hoffe, du hast nen Plan. Ich hab Neblichkeit. Ich renne einfach los. Headbang. Okay, das, das, das reicht nicht. Okay, alle in die Bullen-Kutsche. Wir hauen ab. Wir brauchen einen schnellen Viersitzer. Aber wir nehmen hier ein Auto. Will noch wer mit? Headbang scheint Spaß zu haben. Spielfehler will mit. Headbang, magst du mit? Weil sonst fahren wir jetzt, ne? Lass uns einfach ein Polizeiauto nehmen. Oh, da. Einfach schon. Die einzige dreckige Pfahl, die gibt's hier in der Gegend. Und ich muss natürlich reinfahren. So, Oli, wo bist du? Nun bist du die Straße weitergefahren? Ja. Einfach die, äh, die Hauptstraße weiter. Alles klar, mach ich. Ich hab zwar vier Sterne, aber das juckt mich nicht weiter. Au. Blöde Cops hört auf, um mich zu ballern, ja? Ah, nicht den Rückwärtsgang nehmen. Was stimmt nicht mit dir? Ja, ich glaub ich seh' euch schon. Äh, ah. Fuck. Okay, wir können hier rum. Ah, du blöder Kopf, verschwinde! Such dir Freunde, wenn ihr keine hast. Du mir jetzt einfach meinen Viersitzer. Ach, das war gar nicht der Oli. Das war irgendwer anders. Äh, Spielfehler? Wie kommst du da oben hin? Hallo? Ich hab hier meinen Viersitzer verzichten. Es tut mir leid, ich hab kaum noch Leben. Ich kann dich anhalten. Sonst sterbe ich auch. Und da hab ich Angst vor. Wir sehen uns in Valhalla. Valhalla. Wo bist du überhaupt? Ich fahr die Straße weiter lang. Ich bin jetzt gleich an der Brücke. Ah, okay. Dann einfach die Brücke weiter durch den Tunnel und dann siehst du uns. Brücke, Tunnel. Brücke, Tunnel. Oh, lol. Die Streifenwagen. Nerven. Hab ich gehört. Nein! Ich hab hier voll die Luftunterstützung. Wer fliegt mit dem Chat hier rum? Das ist voll die coole Luftunterstützung. Ja, jetzt bin ich unter der Brücke. Wie soll ich denn bitte von hier wegkommen? Ich hab dich an. Das wär ne gute Idee. Oh, hey! Handy! Wie war das im besten auch von GTA 4? Mach verdammt nochmal dein Handy aus! Aber selber, aber selber. Oh fuck! Warum haben wir vier Sterne? Wer war das? Warum werd ich die ganze Zeit angeleuchtet? Ich hab niemandem was getan. Blendet mich nicht. Okay, Peter. Ich hör die ab. Ich bin hier ganz friedlich am Strand. Und Prusy ruft an. Leck mich am Hintern. Ich will nicht mit dir reden, Kibbutz. Bleib in. Hallo TP. LC. Flieg nicht so schnell. Sonst kann ich deinen Namen nicht lesen. Ich hasse es, vier Sterne zu haben. Da sterbe ich immer so. Aua. Schubidub. Dubidubidubidub. Dubidubidub. Dubidubidub. So. Boah, kannst du nochmal da lang fliegen, wo du gleich eben lang geflogen bist? Das kommt voll geil bei einem Thumbnail. Okay, Rotte. Boah, verdammt, jetzt hab ich nicht getrisch. Noch mal bitte. Flieg schneller! Boah, du bist genau hinter meinem Kopf, verdammt. Ah, was ist jetzt los? Scheiß auf Thumbnail. Hör auf damit! Ich schieß doch gar nicht. Aaaaaah! Was zur Hölle? Geht's dem Jet noch gut? Oh, wie die Kolonne hier rumfährt. Peter. Ich muss ein Selfie machen, lass mich in Ruhe. Aaaaaah. Aaaaaah. Ach man, hört doch mal auf, auf mich zu ballern. Ach man. Ich weiß nicht, wie oft ich ballert. Das hat mich nicht. Das regt mich auf. Das war schon in GTA 4 so scheiße. Warum geht das Handy aus, wenn man unter Beschuss genommen wird? So, okay, probier ich's von hier. Sorgt mal dafür, dass die Polizisten da bleiben. Das ist voll das epische Fump. Von Bifam. Vom Bifam. Äh, wo ist die ganzen Kopf hin da? Äh. Wir versuchen So, sehr schön Hey, Schrotflintmann oder Snipermann Ich habe es sogar mit drauf So, ich bin fertig mit Fotos knipsen Los, Chris, rein Wir müssen hier weg Ich habe irgendwie das Gefühl, die Militärbase Sehen wir uns erst beim nächsten Mal Wieso, wie viel Zeit? Wir haben noch 5 Minuten, Schatz Okay, das schaff ich mir noch Los, Schatz Mein Auto sieht ein bisschen ganz aus Alle halten irgendwas aus dem Fenster? Ich glaube auch Wow Boah, hier müssen wir irgendwann mal Boah, ich weiß, was wir im nächsten Video machen Was, 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 okay Merkt ihr Tunnel 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 Ich habe voll die Idee Voll krasse Nummer, ey Tunnel 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 Ach, ich sehe nichts, wenn ihr alles in die Luft jagt, Mann Headbang, bist du assi Headbang, Alter, bist du assi Aber wenigstens haben wir jetzt keine Cops mehr am Hintern Ja, das war mein Auto Hey, ich renne hier mal hinterher Ist das die Militärbase da vorn, Oli? Ja, da oben halt Achso, okay Komm, ich bin über den Tunnel Wir gehen Folge mir, Wesker Ich komme zum Tunnel Äh, Militärbase Tunnel Ich habe jetzt die ganze Zeit Tunnel im Kopf Das ist gut Damit ich es nicht vergesse Ah Rauf, 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 rauf Darfst du das überhaupt mit der Geschwindigkeit? Na klar Oh, du bist so schnell Eiferbübsch, hier ist ein Zaun Sehr schön, Nate, hast du was zum Zaun wegsprengen? Eiferbübsch, ich werde blöd Die haben es ein Zaun hingemacht Wuh Oder kann man den nicht sprengen? Der sieht so fundamental aus Die kann man nicht wegspringen Ja, schönen Dank Hat mal wer ein Heli oder so? Ich will da rüber Ich suche mir einen Eingang Das macht Freude Auf, wir haben es geschafft Hier vorne ist bestimmt ein Eingang Hallo Headbang Okay, und jetzt Such mir Ah, Eingang Was Schönes Ein Panzer oder so Wenn es die hier gibt Gibt es hier einen Panzer? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Militär Panzer hat Ich meine, wenn das deutsche Militär nicht mal Waffen hat, die funktionieren Hat Panzer, wo sind denn die? Wie komme ich denn rein? Ein Panzer, wo steht der? In der Panzer Garage Hä? Der klettert eiskalt über den Stacheldraht drüber? Was ist das denn für ein Lümmel? Man kann hier über den Stacheldraht klettern Wie geil ist das denn? Hey, ich habe Geld bekommen Gute Führung Kannst du mal sehen Apropos gute Führung Oh, fuck Das Militär ballert hier auf einen Warum sagt mir das keiner? Seid ihr Schweine? Ich renne hier rum und denke, ich kann hier spazieren gehen Schönen Dank auch Schau, aber da kann ich mir jetzt wenigstens erstmal das bisschen Geld, was ich habe, einzahlen Meinst du, die machen das auch irgendwann, dass man hier auch Aktien kaufen kann? Das fände ich voll lustig Was kaufen? Was? Aktien kaufen Oh, das wäre cool, ne? Oh, what? Weil mein Geld ist dauernd alle, habe ich festgestellt Nicht anfangen Nicht anfangen Löser Jet Hallo Katze So, ich will jetzt auf die Militärbase Schnelle Rundfahrt oder so Olli, was sollst du dir merken? Tunnel Gut Tunnel 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 Olli hat einen Tunnelblick Du, das Militär hat uns immer noch am Arsch Ja, ja, mich auch Irgendwann nicht Ist das was? Ich weiß ja nicht, ob das was wird Ja, das wird nicht mehr Wenn der Setscher-Nate mal am Steuer sitzt, dann geht alles schief Ist das ein Spieler, den ich da anvisiere? Knall einfach ab Wenn sich einer beschwert, war es ein Spieler Ja, okay Das ist der PC, der in Peeps gerade Du, weil wir pieps Sag mal Olli, wo bist denn du? Ja, hier Gut zu wissen Ich bin im Hast du jetzt wieder entfernt, gar nicht? Oder dann? Ach Wo ist denn, Peter? Ich bin kaputt Okay, warte, ich such dich Ja, müsstest du Eigentlich Ich bin hier Ich bin hier an einem schönen Sandstrand in der Nähe vom Tunnel Hey, was geht ab, das Militär, das macht nicht schlapp Hier ist schon mal Olli Die Welt braucht Olli Bist du, bist du Ich bin beim Tunnel Zusammen mit Olli Hier Ich bin beim Tunnel Da, wo es Boom gemacht hat Bei Setschwinate und Olli Warte, ich bin Ich komme jetzt mit dem Jet, warte Mach den Polizisten Das war schön Au, nicht schlagen Boah, hier ist was los Ich habe voll Spaß, Mann Warum kommst du nicht zu mir? Ah, nein Okay, warte, ich komme zu dir Ich dachte, es gibt sowas wie ein Schleudersitz Na gut, wo bist du? Ich bin hier Ich bin hier Immer noch beim Tunnel Du fliegst die ganze Zeit über meinen Schädel Da musst du jetzt auch mal herkommen, ey Hallo Hi, nicht schlagen So Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Dann gibt es Tunnel vom Feinsten Tschüss Ah, du Entschuldigung, Wolle Macht euch einfach Alle weg hier Ah 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 Ah